Wer ist der schönste Trainer der Stadt? Wer schleppt die geilsten Weiber ab? Wer trägt Größe XXS? Und ist dafür schon ganz schön Käß? Birdie, 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 Bird Birdie, Böck, Birdie, Böck Und wer spielt gern mit Playmobil? Birdie, Böck, Birdie, Böck Wer redet, was kein Mensch versteht? Birdie, Böck, Birdie, Böck Wer hat an der Uhr gedreht? Birdie, Böck, Birdie, Böck Wer spielt Fußball und kein Golf? Birdie, Böck, Birdie, Böck Wer hat Angst vor'n bösen Wolf? Birdie, Birdie, Böck Birdie, Birdie, Böck Ich trage ihn als frisch. Wie tritt mich die deutsche Ass? Ich liebe seinen sexiven Kasten. aus wie zwölf. Birdie Pops, Birdie Pops! Wer ist nicht mehr ganz bei Trost? Birdie Pops, Birdie Pops! Und wer ist eigentlich Birdie Pops? Birdie Pops, Birdie Pops! Wer ist öfters auch mal blau? Birdie Pops, Birdie Pops! Und wie nennt ihn seine eigene Frau? Birdie Pops, Birdie Pops! Wer bestimmt den Speiseplan? Birdie Pops, Birdie Pops! Und der lässt gern mal einen fahren? Birdie, Birdie Pops! 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 Wer kennt Heribert Fassbender? Birdie Pops, Birdie Pops! Wer hat ständig Angst? Au! Birdie Pops, Birdie Pops! Wer hat immer coole Sprüche? Birdie Pops, Birdie Pops! Wer steht zu Hause in der Küche? Birdie Pops, Birdie Pops! Wer singt gern mit Village People? Keiner, keiner! Franz ist groß und Bass ist Bertie? Kleiner, kleiner! Wer muss schon um acht ins Bett? Birdie Pops, Birdie Pops! Und wer ist eigentlich doch ganz nett? Birdie, Birdie Pops! Wer hat immer coole Sprüche? Wer ist eigentlich doch ganz nett? Wer ist eigentlich doch? Du hast sie junten? Wielじゃあ nun versuche Halbauer? Das ist eine علاج! Baby, 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 baby.